Der Nationalpark besteht aus den drei Stränden Riley West, Riley Ost und Tam Pranang. Der beliebteste der drei Strände ist Riley West. Vor allem für das unternehmungslustige Publikum ist hier am meisten geboten. Ein wunderschöner Strand in einer einzigartigen und unüberwindbaren Felslandschaft. Hier befinden sich die meisten Bungalow-Anlagen und Restaurants. Sogar eine Krankenstation ist hier in unmittelbarer Strandnähe. Gerade für den Individualtouristen, der nur einen Flug nach Thailand bucht und auf eigene Faust reist, lohnt sich hier ein Zwischestopp zur Erholung und Entspannung. Auch preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten sind hier noch zu finden. Die Bars, Restaurants und auch Lebensmittelläden sind direkt am Strand zu erreichen. Trotz dieser Abgeschiedenheit haben die Läden bis 24 Uhr geöffnet. Jeden Freitagabend finden am Strand vor der Sunset Bar eindrucksvolle Feuertänze statt. Wer gut hat, wird in die Künste der Jongleure eingeweiht. An der Freedom Bay und der kleinen, durch einen Felsen getrennten Nachbarbucht finden gelegentlich Partys statt. Als besonderen Service fahren Longtail-Taxis die Partygänger bis frühmorgens gratis zur Party. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020